Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne erklären, wie ich diesen Monat 4.695 Euro mit Aufträgen verdient habe, die sich nicht lohnen. Nämlich, ich höre immer wieder folgendes. Leon, du arbeitest ja oft an Aufträgen, die sich nicht für dich lohnen, die bringen dir vielleicht gerade mal 20, 30 Euro ein und darauf musst du auch noch Steuern zahlen, du musst dich auf die Aufträge vorbereiten und so weiter und so fort. Warum genau machst du das Ganze? Ich möchte euch hier erklären, warum das Ganze sinnvoll sein kann und vor allen Dingen dann auch mal mein Mindset dahinter ein wenig beschreiben, warum ich zum Beispiel auch Aufträge annehme für 10 Euro, für 40 Euro, mancher für 100 Euro, für 5 Euro. Ich habe, wie gesagt, schon Aufträge eigentlich in jeder Größe angenommen. Zuallererst, wo genau kam dieses Geld her? Woher habe ich diesen Monat 4.695 Euro verdient? Es kamen erstmal 60 Euro aus einem Werbeclip. Ich denke, viele von euch werden sicherlich jetzt euch hier wiederfinden, weil viele von euch hatten ja diese Dienstleistungen hier gebucht, sei es nun der Werbeclip, sei es nun die Kursproduktion und so weiter und so fort. Nämlich, der erste, wie gesagt, war ein Werbeclip. Für den habe ich 60 Euro bekommen. Das war einfach nur ein wirklich, wirklich kleiner Werbeclip zu einer Firma und dieser Werbeclip wird auch relativ bald hier auf dem YouTube-Kanal natürlich erscheinen. Dann der zweite Punkt war eine Kursproduktion. Diese habe ich noch nicht abgeschlossen und die, wie gesagt, hat mir 500 Euro eingebracht. Dann eine E-Book-Erstellung und Übersetzung, die so gut wie abgeschlossen ist. Hier habe ich 2.500 Euro praktisch bekommen, plus auch nochmal für dieselbe Person halt die Erstellung einer Webseite, plus halt ein Autorenprofil, dafür 700 Euro. Dann habe ich für Sponsoren 30 YouTube-Videos abgefilmt. Ich nehme derzeit für die Videos, die ich produziert habe, 30 Euro pro Video, das heißt 900 insgesamt. Dann habe ich nämlich für eine Person nochmal ein kleines Video abgedreht oder ein kleines Video produziert, in Anführungsstrichen, mit der Software Byteville. Nämlich, diese Person wollte sich jetzt nicht unbedingt einen Premium-Account bei Byteville kaufen. Byteville ist so eine Software, mit der man animierte Videos erstellen kann und hat mich angeschrieben und meinte, Hey Leon, kannst du mir nicht vielleicht ein kleines Video machen? Da habe ich gesagt, okay, ich war nämlich gerade beim Essen, dachte ich mir, gut, dann kann ich zumindest die Zeit beim Essen noch irgendwie ein bisschen monetarisieren. Habe da 3-4 Minuten rein investiert und zack, wie gesagt, damit habe ich nochmal 5 Euro gemacht. Übrigens, ich zahle darauf natürlich sowas wie, naja, 45% Steuern, also könnt ihr euch vorstellen, wie wenig da übrig bleibt. Und dann nochmal zwei Kanal-Shoutouts und ich denke, ihr wisst, wen ich da einen Shoutout gegeben habe. Und dafür, wie gesagt, habe ich 30 Euro genommen, das heißt, für jeden Shoutout 15 Euro. Und so ein Shoutout dauert vielleicht 20 Sekunden, das heißt, für mich, wie gesagt, sind das 15 Euro und 20 Sekunden, die ich damit verdient habe. Insgesamt sind rausgekommen 4.695 Euro diesem Monat. Dies sind wirklich nur Dienstleistungen, die sich für mich in Anführungsstrichen nicht lohnen. Es gibt viele andere Dienstleistungen, wie beispielsweise Erstellung von anderen E-Büchern, Kursproduktion und so weiter und so fort, wo ich sage, die lohnen sich tatsächlich für mich, wo ich dann auch sehr, sehr viel höhere Preise genommen habe. Nicht unbedingt dann für, sag ich jetzt mal, dieselbe Dienstleistung, sondern höhere Preise für einfach größere Projekte. Zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz kleine Aufträge abarbeite, wie zum Beispiel so eine Kursproduktion für 500 Euro, dann muss ich eigentlich fast sogar sagen, dass es für mich sich kaum lohnt, mich auf das Thema vorzubereiten und dann das Thema abzuproduzieren und so weiter und so fort. Ich mag es lieber, wenn ich halt einen höheren Preis aufrufen kann, in dem Sinne, dass ich halt eine viel, viel größere Produktion abarbeite. Zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie eine, sagen wir mal, eine 4.000 Euro Produktion ist, dann lohnt es sich natürlich viel mehr für mich, sich diese Produktion abzuarbeiten, weil ich weiß, dass ich mich halt einmal auf das Thema vorbereiten muss, beziehungsweise halt meinen Kurs vorbereiten muss und diesen produziere ich dann für die Person und halte 4.000 Euro. Im Gegensatz zu, ich bereite mich vor und strukturiere alles und habe den ganzen E-Mail-Verkehr und so weiter und so fort mit einer Person, die mir gerade mal 500 Euro zahlt. Das heißt, wie gesagt, meine Preise sind immer dieselben, bloß ist es natürlich besser, wenn ich einen großen Auftrag annehme, weil mir der, weil der einfacher abzuarbeiten ist. Genau, das schon mal dazu, nämlich immer wieder merke ich auch Folgendes, gerade bei kleinen Aufträgen ist es so, dass man vielleicht die Summe unterschätzt, nämlich vielleicht 60 Euro, hört sich jetzt nicht besonders viel an und vielleicht ist es das auch nicht. Bloß, wenn du halt jeden Tag so einen kleinen Werbeclip abfilmst für 60 Euro, dann hast du vielleicht auch mal einen Kanal-Shoutout, für 15 Euro, dann hast du einen YouTube-Sponsor, der zahlt dir 30 Euro. Wenn du das schon mal auf einen Mord hochrechnest, bist du ungefähr bei, sagen wir mal, 4.000 Euro im Monat, wenn du das jeden Tag tun würdest. Zum Beispiel so eine Kursproduktion schaffe ich an einem Tag abzuarbeiten oder sogar an einem halben Tag. Das heißt, sage ich jetzt mal 6, 7 Stunden, 500 Euro, dann habe ich hier nochmal 1.000 Euro, die reinkommen, dann habe ich Passivgeld, das reinkommt, ich habe meine Akademie, die Geld abwirft, ich habe meine Udemy-Kurse, ich habe meine Kindle-Bücher und so weiter und so fort. Das heißt, zu jeder Zeit des Tages kommt bei mir Geld rein. Es gibt wirklich, also kaum eine Minute, wo wirklich kein Geld reinkommt. Zum Beispiel alleine, wenn ich an Udemy denke, dann weiß ich natürlich, dass ich durchgehend eigentlich Sales generiere. Mal hier 3 Euro, mal da 10 Euro, mal hier 4 Euro und so weiter und so fort. Dasselbe ist natürlich auch bei Kindle, dasselbe ist bei meiner Akademie. Dann habe ich am Tag meistens so 2 Coaching-Kandidaten derzeit, manchmal 2 bis 3. Das heißt, da kommen auch nochmal so 4, 500 Euro am Tag rein und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß daher, 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 daher kommt das Geld. Und dann gibt es natürlich immer noch so Zeiten, wo ich merke, da habe ich jetzt nicht unbedingt viel zu tun. Oder manchmal muss ich mich auch einfach so ein bisschen zwingen, Sachen zu machen. Zum Beispiel, und das ist jetzt hier, denke ich mal, ein sehr gutes Beispiel, der 6. Punkt, das Biteable-Video. Zum Beispiel hier 5 Euro zu verdienen, das ist wirklich nicht viel. 5 Euro, davon kannst du dir in Berlin, wenn du die Steuern runterrechnest, noch nicht mal einen Döner kaufen. Weil ich das immer so als, ja, vielleicht als Beispiel nehme, was, ja, wie viel Geld man ungefähr so verdient haben könnte oder was das, was der Gegenwert ist. Aber auf jeden Fall saß ich halt am Tisch, hatte gerade gegessen und dachte mir, mein Gott, ich habe ja gerade sowieso nichts zu tun. Ich esse ja nur in Anführungsstrichen und hatte diese Nachricht bekommen von der Person und dachte mir, naja, gut, wenn ich jetzt schon mal die Zeit habe und wenn ich die Möglichkeit habe, dann nochmal 5 Euro zu verdienen, ist das besser, wie als würde ich nicht die 5 Euro verdienen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich zu manchen Zeiten des Tages einfach nicht so produktiv bin wie zu anderen Zeiten. Es gibt einfach so Zeiten, wo ich denke, heute habe oder jetzt habe ich mal keine Lust, so viel zu machen. Ich schaffe es mich zwar durch diese Zeiten durchzupuschen und effektiv zu arbeiten, bloß es ist natürlich gut, wenn man so ein bisschen, sag ich jetzt mal, das Feuer hinter einem brennen hat, im Sinne von, dass beispielsweise eine Person sagt, ey, aber morgen muss der Kurs fertig sein und dann versuche ich mich natürlich auch zu spurten, den Kurs fertig zu machen und weiß, okay, zack, hier habe ich wieder 500 Euro bekommen, da habe ich wieder 1.000 drin, da habe ich wieder 2.500 und so weiter und so fort. Das heißt, Aufträge helfen mir, mich in Zeiten zu motivieren, wo ich weiß, wo ich möglicherweise nicht besonders motiviert bin. Das heißt, gerade zum Beispiel Kursproduktion oder so, die ich für andere Leute mache, mache ich ganz gerne abends, weil ich weiß, dass abends, wie gesagt, die Zeit ist, wo ich normalerweise nicht so extrem produktiv bin, genau wie morgens, also diese beiden Extremzeiten direkt nach dem Aufstehen und kurz vorm Schlafen gehen, die sind jetzt nicht extrem produktiv bei mir, aber da, wie gesagt, versuche ich dann, solche Produktionen abzuarbeiten, weil ich halt weiß, dass dies die Zeit ist, die ich produktiver nutzen muss und wenn ich weiß, dass ich diese Produktion abliefern muss, das heißt, weil ich nämlich eine Deadline oder was auch immer gegeben habe, dann ist es natürlich für mich eine weit, weit bessere Motivation, an tatsächlich dieser Produktion zu arbeiten und dann auch überhaupt was zu tun. Vielleicht hätte ich mich jetzt ins Bett gelegt und hätte geschlafen oder hätte nochmal, weiß nicht, ein paar YouTube-Bios geguckt oder was auch immer oder ich hätte halt einfach diese Kursproduktion gemacht und hätte nochmal ein paar hundert Euro reingekriegt und wie gesagt, das hilft mir halt. Das heißt, ich nehme ganz gerne diese, in Anführungsstrichen, unprofitablen Aufträge für Zeiten, wo ich normalerweise nicht extrem produktiv bin oder halt einfach als Sicherheit. Nämlich, ich weiß ganz genau, wenn ich diese Aufträge abarbeite, habe ich jetzt mal gerundet, sagen wir mal 4.500 oder 5.000 Euro jeden Monat drin. Das sind 50.000, 60.000 Euro pro Jahr, die ich so reinkriege. Und viele von euch werden sagen, das ist ja ein super Gehalt und da stimme ich auch zu. Bloß nicht vergessen, das ist halt bei mir eine wirklich, wirklich sehr kleine Einnahmequelle. Es ist eine von vielen Einnahmequellen, bloß ich weiß halt, wenn ich diese Dinge abarbeite, dann kann ich mich nicht unbedingt zurücklehnen, aber ich weiß zumindest, dass ich meine ganzen Mieten bezahlen kann, dass ich meine laufenden Kosten begleichen kann, dass ich meinen Steuerberater bezahlen kann, meine Berater, weil ich nehme auch Beratungen und so weiter und so fort. Wie genau sieht das Mindset dahinter aus? Relativ einfach. Der erste Punkt ist, nimm jeden Auftrag, den du abarbeiten kannst, auch an. Lasse niemals Geld liegen. Es gibt dieses Zitat von Warren Buffett, das geht sowas von wie, die 5 Euro, die du heute nicht verdienst, sind die 5 Euro, die dir eines Tages fehlen. Und so denke ich auch. Nämlich, wenn beispielsweise mir eine Person Geld dafür anbietet, etwas zu tun, was ich sehr gut kann, dann überlege ich mir, wie genau schaffe ich es tatsächlich, diesen Auftrag abzuarbeiten. Gibt es Zeiten, die ich noch nicht effektiv genutzt habe? Beispielsweise, jetzt mal wirklich ein verrücktes Beispiel, dieses Video von Biteable, dieses kleine Video, das kleine animierte Video, wo ich einfach nur ein paar Clips zusammenschneiden muss, die hätte ich auch einfach beim Zähneputzen zusammenschneiden können. Ich habe sie in diesem Falle beim Essen zusammengeschnitten. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, auf Fiverr irgendwelche Übersetzungen anbietest und diese Übersetzung bietest du an für vielleicht 10 Euro und normalerweise beim Zähneputzen machst du nichts, sondern halt wirklich nur putzt deine Zähne, könntest aber noch vielleicht mit der anderen Hand und ich weiß, ich ziehe das Ganze jetzt ein bisschen ins Ababsodum, aber nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, während des Zähneputzens oder während was auch immer, hast du vielleicht einfach nur noch mal ein paar Minuten Zeit, um so eine kleine Übersetzung zu machen, dann ist das eine Zeit, die du vorher nicht genutzt hättest. Ich will nicht, dass ihr euch totarbeitet. Ich möchte nicht, dass ihr Workaholics werdet, weil ich sehe schon wieder, dass das Leute in der Kommentarsektion schreiben werden. Ich möchte einfach nur, dass ihr die Zeit, die ihr habt, effektiv verwendet. Und wenn ihr wirklich sagt, ich will möglichst viel Geld verdienen und ihr habt in dieser Zeit nichts anderes zu tun, dann versucht doch genau, solche Dinge zu tun. Dinge, die möglicherweise nicht besonders viel Geld einbringen, wo ihr aber dennoch wisst, es kommt Geld rein in einer Zeit, wo normalerweise kein Geld reinkommen würde. Also, meine Regel ist hier, jeden Auftrag abarbeiten, den du bekommen kannst und versuche vor allen Dingen halt niemals Geld liegen zu lassen. Es sollte natürlich aber nicht so sein, dass du Aufträge annimmst. In Zeiten, wo du normalerweise mehr Geld verdienen könntest. Also, ich würde halt einfach nur probieren, dann Zeiten, die ich normalerweise nicht gut nutze, die halt effektiver zu nutzen durch halt diese Aufträge. Dann der zweite Punkt ist natürlich, ich mache Downsell- bzw. Upsell-Angebote. Zum Beispiel bei vielen von meinen YouTube-Sponsoren, die kriegen anschließend nochmal eine Nachricht und ich sage halt, hey, du hast ja gerade mein YouTube-Video gesponsert, ich kann dir für den selben Preis zwei YouTube-Videos machen. Und da sagen natürlich die meisten Leute, ey, super Deal. Klar, dem zahle ich nochmal halt, sagen wir mal 30 Euro oder 50 Euro oder 100 Euro oder wie viel Geld auch immer. Und das ist halt für mich ein sehr, sehr einfacher Weg, dafür zu sorgen, dass ich aus dieser Person, die praktisch mit mir bereits Dienstleistungen gebucht hat oder die bei mir Produkte gekauft hat, aus dieser Person halt nochmal praktisch mehrere Geld rauszukriegen. Das heißt, ich jetzt immer so ein bisschen ja, gierig an, was es vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad ist, aber man muss einfach ehrlich sagen, ein Downsell- bzw. ein Upsell ist nichts anderes. Für all die Leute, die sich jetzt nicht mit der Begrifflichkeit auskennen, ein Downsell ist einfach nur ein Produkt, das nach einem anderen Produktkauf einem angeboten wird, das aber günstiger ist als das zuvor gekaufte Produkt. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, eine Person kauft bei dir eine Dienstleistung für 100 Euro und danach bietest du ihnen nochmal eine Dienstleistung für 50 Euro an, das wäre ein Downsell. Wenn aber eine Person bei dir eine Dienstleistung kauft für 100 Euro und anschließend eine Dienstleistung für vielleicht 200 Euro, dann wäre dies ein Upsell, das heißt diese Dienstleistung für 200 Euro. Und ich würde dann einfach nur Folgendes machen, wenn jemand bei dir etwas bucht, wenn jemand bei dir etwas kauft, dann versuche diese Person auch nochmal durch einen Downsell bzw. Upsell dazu zu bringen, dir nochmal Geld zu zahlen, obwohl sich vielleicht diese Summe Geld nicht unbedingt so für dich lohnt. Glaub mir, die meisten Leute, die so sagen, sowas wie, das wird sich doch gar nicht für mich lohnen, das mache ich doch nicht, das ist nicht meine Zeit wert, das sind dann die Leute, die aber diese Zeit niemals nutzen würden. Das heißt, in der Zeit, wo ich zum Beispiel diese 30, 40 Euro mache, würden die einfach gar kein Geld machen bzw. würden halt einfach nichts machen. Und genau deswegen mein Tipp an dich, lass dich nicht von Leuten irgendwie einschüchtern, die irgendwie sagen, du arbeitest Aufträge für 30 Euro ab, du erzählst doch, dass du viele, viele Zehntausende im Monat machst, dann lohnt es sich doch nicht, Aufträge für 30 Euro abzuweiten. Und ich sage, doch, tut es, weil du halt wie gesagt diese kleinen Zeiten auch effektiv nutzen kannst. Kommen wir dann zum dritten Punkt, nämlich monetarisiere alles, mache nichts umsonst. Und hier wieder zu einem Beispiel, das Video, das ich ja ansprach, nämlich das Biteable-Video, hatte ich erstellt für 5 Euro. Und ich denke, vielleicht hätte ich es auch umsonst machen können. Nämlich, viele Leute hätten dann gesagt, naja klar, so ein kleines Biteable-Video, das mache ich dir für umsonst, das schicke ich dir einfach zu, einfach als Nettigkeit. Und ich weiß, das hört sich jetzt sehr gierig an, bloß das große Problem, das du relativ bald haben wirst, ist das folgende. Nämlich, wenn Leute erstmal wissen, dass sie von dir Dinge for free bekommen, werden sie nach mehr Dingen fragen. Und ich kann das aus eigener Quelle, sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, kann ich euch das sagen. Nämlich, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher sehr viele von meinen Kursen umsonst rausgegeben habe. Und das Problem war dann, dass Leute einfach mich immer nur noch angeschrieben haben und irgendwann auch extrem unhöflich so sagen, gib mal deinen Kurs umsonst und so. Wo ich dann dachte, nein, das ist, wie gesagt, eine Nettigkeit von mir, dass ihr meine Kurse umsonst bekommt. Das ist, wie gesagt, viele, viele Jahre her. Bloß, irgendwann sind halt die Leute, haben sie dieses Anspruchslevel von dir nur noch, Dinge umsonst zu bekommen. Und seitdem habe ich mir geschworen, dass ich halt nichts mehr umsonst mache. Und das hat sich wirklich ausgezahlt. Deswegen, auch bei kleinen Aufträgen, versuche nicht unbedingt, Dinge umsonst zu machen, nur weil sie klein sind, auch wenn sie dir 5 Euro einbringen. Wie bei diesem Biteable-Video. Versuche, wie gesagt, es dennoch zu machen. Also wirklich diese Dienstleistung dann zu verkaufen und möglicherweise hier nur 5 Euro einzunehmen. Schon alleine deswegen, weil zum Beispiel, wenn du etwas kostenlos anbietest oder grundsätzlich sehr viel kostenlos anbietest, sich das Ganze irgendwo drum spricht. Und dann kriegst du nicht nur eine Person, die dir schreibt, hey, kannst du mir kostenlos machen? Sondern auf einmal eine ganze Meute. Bitte. Dann der vierte Punkt ist, wenn eine Person zögert, mache ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Und das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich relativ oft schon angewendet habe. Früher hatte ich zum Beispiel sehr viel mehr auf Fiverr verkauft. Derzeit habe ich keine Gigs mehr auf Fiverr. Die werden relativ bald wieder online gehen, weil ich, ja, wie gesagt, an einer neuen Firma arbeite. Es geht da rund ums Thema Marketing und auch übrigens rund ums Thema E-Book-Erstellung. Ihr hattet ja gesehen, dass ich hier schon einige E-Books oder ein E-Book abgearbeitet hatte, plus halt die Übersetzung von diesem E-Book. Und zum Beispiel, das werde ich halt auch jetzt viel, viel mehr anbieten, nämlich günstige, hochqualitative E-Book-Erstellung. Und da, wie gesagt, habe ich mir ein kleines Team aufgebaut. Das wird noch ganz interessant werden. Das kommt in einigen Wochen, einigen Monaten. Aber auf jeden Fall, wenn eine Person zögert, dann versuche ich halt, dieser Person ein Angebot zu machen, das sie nicht ausschlagen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, dann, wie gesagt, ein Angebot machen, das sie nicht ausschlagen kann. Die Person wird dann zugreifen und dann, wie gesagt, hast du das Geld drin, obwohl sich möglicherweise dieser Auftrag nicht extrem für dich lohnt. Nochmal, hier als Bottomline, du solltest natürlich nicht nur Aufträge annehmen, die sich nicht für dich lohnen, obwohl ich glaube, dass, ich denke, für euch ein Einkommen von, sag ich jetzt mal, 4.695 Euro im Monat wäre sicherlich für viele von euch sehr, sehr viel Geld. Nicht vergessen, darauf muss ich aber ziemlich genau die Hälfte auch an Steuern blechen, weil ich, wie gesagt, ein höheres Einkommen habe. Wenn ihr jetzt nur in Anführungsstrichen 4.695 Euro verdient, dann habt ihr vielleicht einen Steuersatz von 30% oder so was, aber genau, halt in meinem Fall ist ungefähr die Hälfte weg. Gut, das war es aber nun hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Viele von euch hatten mich übrigens gefragt, ob es auch möglich wäre, hier in Berlin mich mal zu treffen und einfach ein Coaching hier zu machen. Ja, diese Option gibt es auch, vor allen Dingen halt im VIP-Paket. Das heißt, wenn ihr jetzt das VIP-Paket bucht, dann können wir uns auch gerne hier in Berlin treffen, uns persönlich mal treffen und dann, wie gesagt, für 6 Stunden mal ausknobeln, wie wir dein Online-Business aufbauen. Würde mich sehr, sehr freuen, dich kennenzulernen. Ein Link zum Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.